Ja, eine traurige Oper, eigentlich eine traurige Rolle. Welchen Bezug haben Sie zu dieser Rolle? Gibt es da einen Bezug? Ja, natürlich ist es eine traurige Oper. Besonders diese Arie, wo Mimi ihrem geliebten Adieu sagt, ihrer großen Lebensliebe. Ja, mein Bezug dazu. Vor sechs Jahren kam ich nach New York. Ich war sehr einsam, wie Mimi. Ich hatte kein Geld. Ich kann das Gefühl der Einsamkeit sehr gut verstehen. Und meine Hände sind auch immer kalt, wie bei Mimi. Denn sie ist ja auch nervös und schüchtern. Und Kedeli Damanina, wie eiskalt ist dieses Händchen, das passt auch auf mich. Und Kedeli Damanina, wie ich bin. 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 Und Kedeli Damanina, wie ich bin.